ja hallo liebe rat und wanderfreunde ich bin auch mal wieder unterwegs und zwar diesmal wieder mit meinem morgen weg und geht es mal nach ottweiler wetter ist gut und zwar ein bisschen bewölkt aber regen haben wir kein wo ich auch nicht hoffen auf welcher kommt und zwar will ich mit euch heute mal zum love trail schauen wir mal ob wir den runterfahren können mit dem bike hier also nicht voller pulle und dann später geht es dann wieder zurück nach hause wenn er lust habt kommt damit da vorne ist der erste ort das schiff weiter da hinten ist land war da reden darüber da bin ich jetzt gerade aus dem ort rausgefahren aus dem ort heiligenwald wenn ich mich jetzt ganz umdrehe kommt da hinten auch noch schiff weiter aber das sieht man kaum durch die büsche wird zwar weiter da geht es jetzt weiter runter und dann wieder hoch den ersten steilen berg habe ich schon zwischen denn ich hoch muss den schiff weiter der hatte den sich kleiner gang und schön gemütlich hochfahren weil der ist schon schön steil der hoch geht hier geht es jetzt ganz steil den berg runter wo drunter geht geht er doch gleich wieder bestimmt irgendwo wieder hoch 70 meter ja der führt mich der rottweiler singe habe ich navi an weil ich die tour nicht auswendig kenne und ich weiß jetzt schon wo wir rauskommen und zwar war ich mit dem christoph hier schon mal wo wir da den steilen berg da die filme gedreht haben ja da war ich glaube ich in dem folgen video gewesen nicht jetzt das video ich glaube davor oder davor da ist kleiner gang rein jetzt auf 1 gabel feststellen und dann treffen wir mal hier hoch wir haben hier eine steigung 80 meter auf 0,900 meter eine richtig steile steigung die hat über 35 prozent anstieg jetzt geht es jetzt hier hoch der sausack von sigma hab jetzt nur ein trailer trail eingegeben da führt er mich hier den steilen berg hoch ich glaubts nicht da ist ja hin da oben ist aber gesperrt wäre aber scheiße irgendwas ist da gesperrt wenn der weg jetzt gesperrt ist weil ich da nicht weiterfahren kann wäre doof sehen wir ja gleich aber erstmal hier hoch das sind hier der berg wo wir die tiere gefilmt haben größter von ich und darüber gibt es auch ein video scheiße mein weg geht genau da durch aber das ding ist gesperrt warum auch immer stehen wir gleich so ich stehe jetzt genau vor der abschwerung und hier steht drauf achtung abschwerung wegen eichen prozessionsspinner was das bedeuten soll weiß der da will wissen also ich weiß es nicht müsste ich jetzt echt googeln ja dann fahren wir halt da weiter ich hab keine andere wahl weil da hoch hätte ich eigentlich gemusst aber geht ja nicht also müssen wir umleitung fahren gut weiter geht's kennt ihr den noch? ich denk mal ja ne der guckt ja immer noch so grimmig der kamerad ja das stimmt weil wir da hinten die sperrungen haben wenn da einer durchgeht macht der hülle na gut so jetzt geht es aber erstmal hier den steilen berg hoch und dann mal gucken wo wir dann auskommen ob wir nach Ottweiler noch kommen weiß ich nicht gucken was Sigmar mir gleich sagt ja ich hoffe ihr könntet sehen ja Sigmar sagt jetzt hier an der stelle rechts rein so jetzt krieg ich erstmal da hinten und jetzt soll ich hier durch die grüne wiese fahren da komm ich doch gar nicht durch ja wir hatten hier mal so ein trümmer oder freischneider damit ich mir hier den weg freiblasen kann nein 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 wir gehen jetzt schön da hoch so Sigmar hat jetzt erkannt ich doch gerade weitergegangen bin und dann hat er mir gerade geschrieben in 700 Meter rechts jetzt bin ich mal gespannt was in 700 Metern kommt ob da wieder so eine Wiese kommt wieder vorne weil dann fahre ich nämlich weiter geradeaus kann ja nicht sein ja ich bin jetzt hier immer noch im Berg aber da oben ist die Kuppe dann bin ich oben und dann wird es irgendwie da eben oder ich gebe da berg runter da hinten ist die Straße glaube ich da hinten ist die Straße oh Erdbeer fällt halt auf naja jetzt habe ich die Tasche nicht dabei sonst hätte ich mir ein paar Erdbeer anrufen können naja egal hier ist gleich oben und dann gucken wir mal wo wir lang sind weil das schwenkt schon an hier hoch zu fahren das ist ja reines Hügelland hier das Saarland aber desto höher man kommt desto schöner ist die ist das Panorama da zeige ich euch jetzt ich halte jetzt an und dann zeige ich euch das Panorama ja das ist nicht schön schönes Panorama da hinten ist die Alm da sind die Jungs am Ballern von Mallorca die Mallorca Hits und sowas ja die normal immer auf dem Ballermann singen ja wie ach wer ist da jetzt alles weiß ich jetzt nicht ich komme jetzt nicht auf den Namen auf jeden Fall die Jungs von Mallorca sind auf jeden Fall da die sind da oben Musiker machen und da ist ein Event ja vielleicht komme ich noch drauf aber egal dieses Festival jetzt fahren wir weiter also bevor ich weiter fahr drehe ich mich nochmal um hier ist eine schöne Bank so und da oben dahinter ist nochmal eine schöne Bank ja und da hinten haben wir dann halt graue blaue Wolken mit einem schönen Blumenfeld sehr schön gehts weiter so wenn ihr euch wundert warum jedes Mal immer neue Pflanzen bei euch im Garten kommen oder immer am Wegesrand stehen da stehts Verbreitung von Pflanzen durch Wind also die Samen die werden durch den Wind getrieben ja und dann gehen die irgendwo runter auf die Erde und dann entstehen dann halt irgendwelche Pflanzen ne oder Unkraut oder sowas ne also jetzt wisst ihr auch mal wo fremde Pflanzen herkommen die man nicht kennt so weiter gehts desto höher desto höher ich klettere ne desto schöner wird der Panorama richtig schönes Panoramabild ja wie auf der Postkarte richtig schön so jetzt drehe ich mich mal um und jetzt guckt euch den mal an der raucht mitten im Wald Pfeife da hat er aber keine Pfeife zu rauchen sonst brennt der Busch ab so da gehts weiter den Berg hoch da kann man sich ausruhen richtig schöner Stuhl zum ausruhen und wenn ich mich jetzt hier so drehe ha 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 richtig schön die Landschaft hier zu genießen so ja lügelig ja sehr viele Fahrradwege und dann kann man weiterfahren ob wir noch Opweiler fahren heute zum 2 weiß ich noch nicht jetzt ist nämlich keine Sonne mehr da ja ich fahr zwei jetzt mal weiter mal gucken bis wohin mal fahren weil mit Filmen und dann noch zum 2 das hätte gepasst wenn ich da oben durchgekommen wäre so da wäre ich innerhalb von einer 1 Stunde da gewesen aber aber so dann halt nicht gut weiter gehts so das ist eine Schmetterlingbank da kann man sich hinsetzen und ausruhen und die Natur genießen und Richtung Schiffweiler gucken aber da sieht man nicht viel da sieht man nur Gras so diese Station wurde durch die Jagdgenossenschaft Schiffweiler finanziert aha Zauber der Verwandlung da oben haben wir sie Zauber der Verwandlung der Schmetterling ja und das ist eine Schmetterlingbank sehr schön gemacht sehr schön gemacht ich zeig es euch nochmal in der Nahaufnahme ist das nicht schön? oben die Füder die Flügel ja der Rücken ja dann kann man sich da drauf setzen herrlich herrlich so ein letzter Blick über Schiffweiler jetzt gehts nämlich hier vorne runter hinten über die Straße und dann sind wir gleich in Wimmelsweiler Wiebelskirchen wenn wir es weiter Wiebelskirchen glaube ich Wiebelskirchen genau und hinter Wiebelskirchen kommt dort weiter jetzt zeige ich euch nochmal die Landschaft da vorne sind sie Erdbeeren am Pflücken ja weiter gehts jetzt auf dem Weg Richtung Wiebelskirchen da vorne ziemlich hügelig weil ziemlich viele Schlachtlöcher waren aber hier geht der Weg jetzt wieder ja merisches Panorama hier schöne Landschaft erst rein zum fahren richtig schön so gucken wie wir nachher zurück fahren mit dem Fahrrad noch zurück fahren oder mit der Bahn mal gucken schauen wir mal ich freue mich jetzt durch Wiebelskirchen jetzt haben wir noch 4,8 km bis Ottweiler bis zum Trailer hier ist eine kleine Bäckerei hier ist eine kleine Bäckerei da war zu ja durch den Ort Wiebelskirchen gehts jetzt hier jetzt gehts im Friedhof da ist eine Sackgasse ja frömen Laufen und 40, 30 Meter links runter sehen also muss ich hier runter fahren in den Semmelwiesengraben ok dann fahren wir mal hier rein 180 Meter und das geht abwärts also wer hier keine guten Bremsen hat der ist echt aufgeschmissen weil hier haben wir steile Berge die hier runter gehen und da muss man schon richtig heftig in die Eisen treten ja da ist da die Brücke und da der Bahnhof ja hier ist ein Freibad heute und hier sind auch welche am schwimmen ja ja und jetzt wo gehts jetzt lang komm ich hier am Freibad vorbei Frage ist jetzt wieso nutzt der mich jetzt da hoch ok na gut fahren wir sollt schon richtig sein also auf hier gehts tja wo es runter gehen geht wo kann ich auch wieder alles wieder hoch fahren so wie das aussieht und da haben wir schon den nächsten Berg das heißt ich kann jetzt mal eben wieder in den kleinen Gang und kann hier hoch schießen ach ja aber nicht viel nein es war ja ein Pückelchen und wo geht es jetzt wieder runter es geht natürlich hier wieder runter auf hier gehts ja da wollen wir in Navi gucken und schloss privatweg durchfahrt durchgang verboten toll das war auch noch ein Weg aber jetzt sagt Navi sagt hier lang naja jetzt stehe ich hier vor der Eisenbahnschiene und da hinten ist ein Tunnel falls ihr den sehen könnt da geht ein Zug rein und raus wenn ich mich jetzt umdrehe geht die Schiene da Richtung Neunkirsch ich denke schon wieder am nächsten Berg der richtig steil hier hoch geht Richtung Ottweiler oh man bin mal gespannt wie lange die Stadt jetzt hier noch zieht und wann ich dann wieder oben bin da bevor ich eben runter gefahren habe da habe ich auf der anderen Seite jetzt alles wieder hochgefahren oh je da wird es ja noch steiler da gehen wir mal den ersten Gang ach der nutzt mich jetzt da oben schon wieder hin wo ich eben war da bin ich aber nicht hin da bin ich da oben gefahren da bin ich da eben gefahren auf das Stück weil ich dann noch nur eben hier runter gefahren naja, dann fangen wir das Ding wieder hoch, auch egal, wenn wir schon irgendwo rauskommen der führt mich jetzt mitten auf den Luftweg, denke ich mal, anstatt mich nach Ottweiler zu führen genau, der führt mich jetzt nach oben an der Bahn entlang rechts von mir ist eine Pferdekoppel, kann ich euch nicht zeigen, die steckt mitten im Berg so, und geradeaus, ich weiß nicht, ob man das mit der Cobra gut sieht, wie steil jetzt da hochgeht und da muss ich jetzt hoch, bis Ottweiler sind noch 3,4 Kilometer, ich bin im ersten Gang und ich habe hier einen Anstieg gleich da vorne von 40 Prozent mal gucken, ob wir den hochgefahren bekommen also am Schnellstand unten gerade 40 Prozent Anstieg so und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier hochkomme 4 kmh mein Vorderrad bewegt sich in die Höhe Nein, das schaffe ich nicht mein Vorderrad geht permanent hoch also hier schieben angesagt wenn ich jetzt mein Körpergewicht weiter nach vorne verlagert hätte, hätte ich vielleicht gepackt aber er geht so steil hoch da bin ich im Schneckentempo noch am hochgehen ich bin heute nur Berge am fahren kann doch nicht wahr sein ey sieg mal, was machst du mit mir ein paar Moment gehts hier hoch ich meld mich, wenn ich oben bin ich fühl mich mal eben um dann zeig ich euch das Ding an hier haben wir ein paar Pferde die sind noch am Fressen und da gehts weiter steil hoch also beim Siegmal Navigieren seid da bitte vorsichtig also wenn man da übers Navi einfach den Ort und die Straße eingibt alles gut und schön aber über was der mich schwer für Berge führt für steile Berge auch noch, die hier hochgehen nicht mehr normal so ich stehe jetzt hier mitten vom Berg genau da wird da drin so, zeig ich euch jetzt mal jetzt drehe ich die Kamera gleich mal um ich geh mit euch mal hier ein bisschen rüber damit man doch vielleicht besser erkennt und guckt mal wie steil das hier runter geht da bin ich jetzt hoch gekraxelt also mit hochfahren ist hier gar nichts mehr drin auch kein E-Bike schafft hat da geht das Vorderrad schön hoch und ein cooler drückwärts wieder runter also hier ist wirklich Schieben angesagt aber dafür hat man hier von hier schon eine herrliche Aussicht über Wemmelsweiler was natürlich im Tal liegt so, dann gehen wir weiter so, ich stehe jetzt hier am Hangar Trail ich hab den jetzt von unten nach oben geschoben also alle Achtung wer hier runter heizt der braucht schon einen richtigen Helm dann nützt auch kein Fahrradhelm mehr wow der hat er den sich der hat auch Wurzeln drin der hat Steine drin hab ich gerade gemerkt ja und wenn ich mich umdrehe geht der da vorne los da hinten geht der dann los und kommt hier runter und geht hier runter also das ist ein Trail der hat das richtig in sich das ist der erste von dem Lauf Trail das ist wirklich wärmer ich hatte gedacht ich fahre mit euch runter aber da vorne das Stück ist sowas von steil das kann man nicht runterfahren das geht nicht das ist zu steil ja Caro wenn du dieses Video sehen solltest kannst du den Platz? sag dich der der Platz irgendwas ich geh mal ein Stück weiter keine Ahnung wo ich jetzt hier bin irgendwo im Wald rein gefahren da müsste der Nordweiler sein auch ein Weg das sieht mir aber auch hier wie so ein Trail aus weil weil die Spülungen hier sind da kommt auch ein Weg raus also ist halt hier schon richtig twelish da sind ein paar Kids wir sind da irgendwas am zeigen keine Ahnung was wir sind da irgendwas am zeigen also hier kommt ein twel runter hier kommt ein twel runter und ich muss halb links und da hoch also mal einen kleinen Gang rein dann gehen wir da auch ui ui ist nicht so leicht ne ne nicht so leicht aber machbar was sagt der jetzt hier links rechts auch gut also da musste ich gerade schon ein Stück hoch schieben wenn man von oben runter fährt das ist natürlich leichter aber ich hab mein Ziel vor Augen ich bin gleich da da also bin ich jetzt hier raus gefahren da müsste ich ja gleich in Notwind sein da ist ein Aufsichtspunkt da ist noch jemand ach das ist der Turm vom Saarland wo ich jetzt bin hier schaue ich nochmal das schöne Panorama hier ja ist mir egal wir haben ein Ziel erreicht da haben wir einen Aufsichtspunkt hier bis da oben hin und da hinten haben wir den Loftrail da fahren wir jetzt hin so Garo ich denke mal da kennst du das Ding und hier ist der Ottweiler Loftrail den fahren wir nachher mal runter und mal gucken woher rauskommt so hier haben wir die Route hier ist irgendwie ein Start dann geht der hier wir sind dreidwert drauf blau ist leicht rot ist schwer ja blau ist leicht noch schwerer schwarze Linie Rückweg geht natürlich dann von unten vom Ende geht es dann wieder hier hoch da muss man ja ordentlich treten ja das passt dann schon Nutzungsbedingungen vor dem Befahren der Strecke lesen also hier sollte man die Nutzungsbedingungen lesen ja bevor man hier irgendwie auf Strecke geht ja und da fährt schon einer rein und geht da schon auf die Strecke einmal rot und einmal schwarz weiß ich aber nicht ich glaube ich fahre erstmal den roten und dann fahre ich den schwarzen mal gucken gut so Leute auf hier geht's in den Schwäel Dattel ist unten und wir fahren wir fahren den hier wir fahren den roten am Anfang da haben wir schon direkt einen Blobber da fahre ich schon vorbei weil springen will ich nicht da ist der nächste Blobber und hier geht der schwarze runter und da geht der rote runter also wir haben ja gesagt ich wollte ja eigentlich mit euch den schwarzen jetzt fahren ja den fahren wir jetzt mal es sind natürlich viele Wurzeln hier muss man auch völlig aufpassen wenn man hier runter fährt normalerweise soll man hier Ellbogenschoner und Kieschoner anziehen und ich bleib jetzt einfach mal hier stehen ja seht ihr das wie das Stein hier runter geht die kommen hier angeschossen springen hier volle Pulle runter und heute wird es gar wir fahren aber hier vorne weiter ja weil das ist nur ein bisschen zu weg und stopp so haha ich wollte ja eigentlich den schwarzen jetzt fahren aber mal gucken ob ich den umfahren kann dann bin ich da doch doch da vorne kann ich den umfahren aber ich geh mit euch jetzt mal hier drauf ein Stück und guckt mal was das für eine Schanze ist die ist ja locker mindestens einen Meter hoch so und dann kann man auch da drüber springen hier sind Bretter hier sind Balken aber ich geh jetzt nicht weiter ich weiß nicht wie viel Kilo das Ding hier aushält aber da gucken wir uns gar nicht mal von unten an da vorne ist die nächste Sprungschanze und da hinten ist noch eine also hier kann man springen ohne Hände die Jungs kommen von da mit Vollspeed und dann geht es mindestens zwei Meter hoch der Teil ist zwei Meter hoch und dann fliegt man da unten kommen die irgendwo auf die in den Hang vielleicht noch oder unten auf dem Weg also das ist schon Wahnsinn hier die haben hier eine Sprungschanze reingebaut vom feinsten jetzt seht ihr die mal richtig von der Seite also im Video sehen sieht man ja nur wenn die Jungs da drüber springen aber das ist der Hammer aber ich fahre den Roten nicht runter das ist mir zu gefährlich den Schwarzen auch nicht wir fahren gleich den Blauen und dann passt das weil wenn ich da jetzt mit dem Hockenbike drüber segeln würde würde ich mich voll auf die Fresse legen ich euch das Ding mal aus der Perspektive also die kommen hier an eben da oben ab fliegen hier drüber fliegen hier noch kommen ungefähr da vorne auf und dann geht es da runter so da hinten geht der blaue Weg auch vorbei und da hinten kommt die nächste Sprungschanze da fahren wir jetzt mal hin und dann gucken wir uns das Ganze mal an ich muss die Trades erstmal kennenlernen ich war hier auch noch nie und hier ist schon wieder empty hier fahre ich jetzt nicht drüber hier kann man springen aber da ich fahre jetzt hier runter und rolle jetzt mal hier ein bisschen hin und da ist die nächste Sprungschanze mit einer Brücke wo man drüber fahren kann und der blaue geht da vorne rechts runter also wir fahren jetzt den blauen runter und dann gucken wir uns mal das ganze Ding gleich hier an der Seite an so hier geht ein Trades runter und da geht ein Trades und hier ist eine Brücke das seht ihr ja selber hier ist eine Brücke die geht da runter und geht da runter so und wir fahren jetzt aber rechts den blauen weil der rote und der schwarze mir doch ein bisschen zu gefährlich sind ich hätte nicht gedacht dass da solche Sprungschanzen drin sind und das ist nichts für mein Mountainbike normalerweise nur für Touren zu fahren so jetzt gucken wir uns mal die Geschichte hier an weil ich springe jetzt nicht hier irgendwie das geht hier auch ziemlich steil manchmal runter da das heißt ich muss hier höllig aufpassen ja da vorne hat man so kleine Hügel wo man drüber springen kann aber für meinen Mountainbike ist das nichts weil ich hinten keine Federung habe also ich da voll aufknall kann passieren dass mir die Felge dann hinten nachher am Arsch geht und da habe ich keinen Bock drauf so hier geht der richtig steil rum dann geht es hier runter so und hier und hier ja und hier kommt man dann auf den Weg wieder raus so und der blaue hier geht der eine Weg runter der schwarze der geht hier runter so und der blaue ist hier zugewachsen warum auch immer ja das geht der blaue kommt jetzt hier ja das ist ja der Hammer hier aber ich bin mit euch das erste Stück gefahren das zweite Stück fahre ich mit euch jetzt hier nicht weil ich nicht weiß wie das hier jetzt noch endet und mit meinem kaputten Reifen hinten noch weiter hier runter zu fahren wäre ein bisschen blöd also ich bin mit euch ein Stück den Tour gefahren ja also das ist schon für Anfänger gut dass man den blauen dann nimmt und das ist der gescheiteste ja die Abfahrt bin ich ja jetzt mit euch runter gefahren die ersten den ersten Teil ich habe euch da oben noch ein bisschen was gezeigt und ja das sieht man ja in den Videos nicht so und man sieht ja nur die Jungs auf die Rampe und dann darüber aber dass sich meiner dann da hinstellt und filmt das ganze Ding mal also das na also das ist schon richtig hoch und heftig ja der blaue der geht das hier auch runter das ist auch für Anfänger aber den werde ich jetzt nicht runter fahren aus dem ganz einfachen Grund ich habe hinten keine Federung und ich habe auch keine Lust mir hinten den Reifen nachher am Arsch zu fahren nur weil das jetzt hier ein Schwert ist wo man runter und wieder hoch fahren muss ja ich bin jetzt hier auf dem Weg und hier auf dem Weg werde ich jetzt gleich gucken wie ich dann wieder zurück bekomme und hier können die Jungs direkt die kommen hier raus gehen hier rein ja und dann geht man hier hier sind so Gitter Netze ja damit die Reifen halt haben so und dann können die da runter springen und dann geht es da runter weiter der blaue der geht jetzt hier und geht da hinten runter also der geht dann bis ins Dorf rein denk ich mal ja aber da fahren wir jetzt nicht nach weil das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich damit zu fahren und ich bin da nicht geübt drin und wenn ich nicht geübt drin bin sollte ich es doch besser sein lassen als wie nachher irgendwo in einem Gestrüpp irgendwo zu liegen mit dem gebrochenen Arm oder gebrochenen Bein muss ich nicht haben ich wollte euch das nur mal zeigen dann bin mit euch dann mal den ersten Abschnitt runter gefahren und das reicht mir eigentlich auch weil ich muss das nicht haben dass ich hier volle Pulle da den Trailer komplett fahre weil das ist schon ziemlich heftig und hier geht es nämlich dann auch schon wieder richtig steil runter und da volle Pulle runter zu ballern da muss ich ja permanent auf die Bremse also da habe ich keine Lust zu so weiter geht es so jetzt geht es wieder Richtung Ottweiler Richtung Bahnhof und dann mit der Bahn bis Landsweiler und dann nach Hause jetzt werde ich die Kamera noch ein Stück mitlaufen damit ihr die Landschaft noch seht ich werde jetzt einfach mal ein bisschen höher also von hier aus sind es dann noch 10 Minuten den Trailer habt ihr ja gesehen das erste Stück sind wir ja gefahren also der zweite ist mir doch ein bisschen zu heikel da brauche ich ein anderes Bike für naja gut weiter gehts das erste Stück die der 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 Ja, wir haben jetzt hier die Tour und dann soll wahrscheinlich noch was bei der Nationalen Ebenvorrat als Schwester So, hier geht es zum Aufsichtspunkt hoch, das ist ein Wanderweg, also kein Trail Ja, hier geht es auch hoch, da kann man nicht mit dem Fahrrad runterfahren oder soll man nicht mit dem Fahrrad runterfahren, weil es ein Wanderweg ist Ja, das sieht man auch hier, da könnte man natürlich mit dem Bike auch richtig schön runterballern Aber das ist ein Wanderpfad Und zwar wendet der sich, der Fingerpfad So, der startet da unten Ja, und den kann man leider nicht erwandern So, ich wüsste jetzt mal mit dem Mountainbike fahren So, wandern schon So, ich werde jetzt hier das Video beenden Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Und die Tour auch Einen Daumen hoch freue ich mich Das Abonnieren kostet euch nichts Also abonniert mich fleißig Und dann wünsche ich euch noch schöne Pfingsttage Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video Und Tschüss Jetzt